Herzlich Willkommen bei Ihrer Linden Apotheke. Unsere Öffnungszeiten sind von montags bis freitags von 8 bis 13 und von 14.30 bis 18.30. Mittwochnachmittag ist die Apotheke geschlossen. Am Samstag sind wir von 8.30 bis 13.00 Uhr für Sie da. Für Arzneimittelbestellungen wählen Sie die Taste 1. Um den heutigen Apothekennotdienst zu erfahren, drücken Sie die Taste 2. Für alle weiteren Fragen und Anliegen, bleiben Sie bitte in der Leitung. Wir sind gleich für Sie da.